Biot Hey Zombie Zombie, ich hab keine Zeit für dich Ey, wie wusste ich grad nicht mal wieder, Matthias? Tanja? Ja, ich weiß Mal ganz stark behaupten, dass er so heißt Jaja Wie viel Pflanzen? Zwei... Vier... Sechs... Acht Acht Hydrogene noch Also Acht blaue Acht mit Mana Sechzehn normale Cyan Acht mit Mana Und acht Pinke Witches So Blüten... Pinke Okay Cyan habe ich hier noch Blaue habe ich natürlich nicht Mach mal Ach, da ist ein Dispenser drinnen Oh! Hast du eine Witch-Faust? Okay Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn Vier, sechs, acht Vier, sechs, acht Oh, Witches, hinter mir Zwei, zwei, zehn, sechzehn Hast du das? Fuck, ich hab zu wenig von den Cyan-Pflanzen Ey, willst du schlafen? Ja, kann ich Ich hab dir doch schon zugehört, du Spinner Okay, super Nächstes Mal Nächstes Mal geh ich extra nicht schlafen Ja, sonst komm ich da nicht so schnell ran Nächstes Mal geh ich extra nicht schlafen, wenn du mich so näherst Ach, musst du Nee, deine Oma muss das Ja, Mana Steel Ingrid Ja und? Brauchst du doch Kann ich mir auch herstellen Eine Lüge Nee Ja Du bist hier die Lüge Dip, 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 dip Einen eingeschlagen Das ist ja natürlich Bombe Vor allem Ich will mir Acht von den Blumen herstellen Und ich hab nur sechs von den Komischen Teilen, wo man die hier drin herstellt Nice Könnt noch welche herstellen Mache ich aber nicht Hey aber Ich will noch so'n Chip Die mag ich voll Ich kann jetzt bloß die Marke nicht sagen Ich kann Product Placement machen hier Ja und? Würde dich doch eh nicht interessieren Chiyo 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 Chips Alter Spinner Wint stört's denn, ganz ehrlich? Sag doch nur, was mir schmeckt Tja Wanns auch sagen Red Bull, es schmeckt kacke Soll sich mal nicht anstellen Dem, 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 dem Soll zwar hoffen, dass ich den richtigen bekomme Jetzt gleich So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, dreißen, vierzehn, zwölfzehn, 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 zwölfzehn Weil wir bescheuert sind, vielleicht? Na gut, du. Na du, Spacken. Bitte lass den richtigen sein. So. Ja, ich hab den richtigen bekommen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, die Kiste will ich auf jeden Fall auch noch mitnehmen. 1, 1, 1. 1, 1, 1. So, jetzt brauche ich erstmal noch Seeds. 8 Stück brauche ich. Ach, ich hab ja einen Seeds drin. Passt doch. Neues, so. Äh, was gibt jetzt? Ach so, ja. Ich muss die pinken ja auch noch reinschmeißen. Stimmt ja. War ja was. Wie heißen die denn? Pink. Inscriber. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Wie viele gibt es denn davon? Eins, zwei, drei, vier. Vier wichtige gibt es. Eins, zwei, drei, vier. Zack, so. Ich hab alle vier gefunden. Nice one. Dann nochmal zwei Stück mit Wasser füllen. Einmal den da. Der einmal verschwindet natürlich. Wenn man den voll macht, ist klar. So. Ich dachte, das ist ja auch ein Krater. Ja, das ist ein Jumpfehler da hinten. Eine Art Oase. Okay. Dann kann ich jetzt zurücklaufen. Juhu. Jetzt hab ich acht Hydrogene gemacht. Die sind nämlich voll billig. Düm. 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 Zack. Da noch eine. Da. Da. So. Nein, kein Treibsand. Treibsand. Dann wollen wir mal alle ordentlich ausrichten. Du einmal. Da ran. Jetzt mal aktivieren die Dinger, dass man das aussehen kann. Dahin. 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 Das hab ich gemacht. Zack. Noch ein bisschen Loverband. Ich hasse das. Da sollte ich nicht reinfallen. Ja, man. Warte mal. Die hatte ich doch ausgerichtet. Naja. Nein, ich will nicht da ein Gespitz sein. Die noch ausrichten. Oh, ich hasse Treibsand. Ja. Raus da. Die noch ausrichten. Die hatte ich ja. Die ist ausgerichtet. Ach ja, das sieht man ja sogar. Das ist das Geile. Und Tempel. Tempeli und Tempelu. Wird ihr Mann finden. Tempel 4 und Tempel Fu. Vielleicht noch TNT. Ach ja, das ging ja noch einen runter. Einmal. Dagegen. So. Okay, das Ding fühlt sich schon mal ganz gut jetzt. Können Sie sich nochmal runter wollen. Hier. So. Die Herständen. Wie viel bräuchte ich denn dafür? Einer habe ich. Eins, zwei, drei. Ach, ich muss das in der Mitte dann nochmal wegmachen. Das ist da. Oh, ein Ender-Schwett. Die Ender? Hm. Ganz geil. Und du hast Ender-Purls. Okay. Das ist natürlich eins und ne Page. Eins, zwei, also. Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs. Boah, ich bin blöd gerade. Zwei. Ein Travelling-Star. Jawoll. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Fuck. Da nehme ich mit. Ach, Thermal-Lilies. Da nehme ich mit. Oh, ich. Setz die mal um. Und zwar hier in die Mitte. Hier nehme ich. Was kann hier weg? Robberstone kann weg? Ja, der kann weg. Jetzt sieht sie ganz schön in Lava. Äh. Kann man auch Lava auf eine Fläche pumpen? Nee, kannst du nicht. Weil Lava ist ja keine unendliche Quelle. Und deswegen die Thermal-Lilies, die klauen die Lava dann dadurch. Ja, aber das geht nicht. Kannst du es mit dem Turtle dir so in der Dreck ablaufen lassen? Das hast du immer platziert, ne? Ja. Geht. Ach, die Feuerhund. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20. Nee, gibt's da drei Stück. Drei, sechs. Drei, sechs. Da ist einfach nur den Chaos hier. Drei, sechs, neun. Ja. Neun Manners die jetzt noch. Ist hier noch eine eingeschlagen? Eine Einschlange muss sein, aber. Okay. Und davon jeweils nur 3 Okay Da kann das sein, dass man ja auch nur splittert Hier so vereinzelt die Steine irgendwie rumliegen Weil normalerweise ist es immer so ein Meteor, ne? Kann sein, ja, ich weiß das nicht Wumme 18 brauche ich davon Und davon jeweils 3 Okay Ist eigentlich machbar Ich brauch schon wieder viel zu viel Scheiße grad Immer So Das haben wir 3 Kohleblöcke Einen haben wir noch Habe ich echt nur einen Pilz? Normale Pilze? Ich brauch 3, ja Habe ich aber auch irgendwo bei dir reingeschmissen 1, 2, 2 3, ja ich weiß Ich hab doch gesagt ich hab nur einen Ähm So Erstmal Zack Das haben wir Das haben wir Bin glücklich, dass wir alles haben Jetzt muss ich die Dinger nur kopieren Damit die Längenlinie und WTF sicher sind 1, 2, 3 Ja hallo Ich hoffe mal das geht sogar so 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ich hoffe mal das geht wenn du Massenware auf das Ritualding machst Dass das auch alles dafür verbraucht wird Wofür das da ist Schau ich mal Probiere ich nämlich einfach mal Das ist die Airzone Ach ja Steinmuster noch auf Stimmt ja 1, 2, 3 Boah du kannst das Ding so zuklatschen Ich geh mal erstmal in den anderen Kisten gucken Ob ich da noch 2 Pilze find Wir müssen Wir müssten sonst mal eine kleine Pilzform irgendwie machen Wir haben dann schon einen komischen Wald Und ich hab schon wieder ein Video gefunden Ein bisschen steifen Eee Chips steifen Die Ohrsteifen kriege ich sowieso Weil das ist egal ob das die Braunpilze sind oder die Roten Ok Deine Pilzformen geht aber auch schnell Ich kann glaube ich sogar einen Harvester machen Ach da Lenny hat noch 2 Stück Danke Lenny Bin ja mal gespannt ob das wirklich so funktioniert Sooo Wie das alles da drauf rum schwebt Nein nein da passt nichts mehr rauf Fuck Ein Pilz hat nur noch aufgepasst Ok Jetzt brauche ich noch so einen Mana-Spieler Muss ich mal wieder einen abbauen Ich nehme den da hinten Sack Komm noch einmal bitte Ich hab keinen Bock mehr so viel abzubauen Hammer aber da kommen wir mal direkt raus Für die Feuerrunde was braucht ihr denn da Nochmal Achja Drei Netherwarzen Drei Gunpowder Und drei Boom 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 Oh ja schon wieder dunkel Ja Boah Gut dass ich mir ne Ähm Netherwarzen Netherwarzen Farm gemacht hab Ich leg mich hin Ja Jawohl da ist die nächste Kiste Drei Dinger schon doppelt So Rex habe ich auch gerade hergestellt Dann habe ich davon auch noch 3 Stück Und das andere war Überlegen überlegen Gunpowder Gunpowder Da Eins Zwei Drei Was schmeiß ich mal weg hier die Agio Dahin Dahin So Erstmal Den hier Einmal nehmen Dann Ausrichten Zack Zack Ich hoffe nicht dass ich so viel schwimmen muss Nein das geht nicht Toll Fuck Jetzt habe ich die Kohleblock hingesetzt Wo wir alles nach und nach machen Naja Nicht so schlimm Okay das Das Was Was waren das noch Ahja Stein Da So Fuck jetzt habe ich mich andersrum gepottet Ein davon Warum hat er gerade noch einen Kohleblock gesetzt der Wichser Will er mich verarschen Weiß ich nicht Fuck ihn doch Also ein Wichser Oh Stein Wann Stein Wann Stein Wann drum herumfliegen Ähm D Auch gleich aus dem Döck entfernt Eins Zwei Drei Das Okay Dann füll mal voll Ach ja Oh ich muss Living Rock wieder machen Unbedingt Schwierig sein für dich Hä? Ist doch nicht schwierig für dich Ist es auch nicht Besonders weil ich so viel Cubgestone habe Wir haben genug Cubgestone noch so oben Wenn du wusstest Ich habe fast eine Doppelkiste voll Okay Sag ja wenn du wusstest Ich war doch genug Farm Ähm Da ist die Blume Da ist die Blume Wollen sie ihn in die Bordelung anzuschalten So raus Ach genau Gerade so passt das Fuck Ich habe den Block oben rauf gesetzt Egal Ach scheiße Ich brauche ja kein Kabel Sondern ich brauche ja Stein Bin ich blöd Ich habe viel zu viel gerade schon gesetzt Hier sind fette Pilze Du bist auch so fetter Pilz Baby Bei mir schon wieder eine Aura Note Ich werde nicht mehr leben werden bald Und entfernt Ich habe einen großen Bogen gezogen Okay So weit Oh ne da ist der erste Meteor Okay dann ist das nicht mehr weit Ähm So Ah nicht Da reinfallen Einmal bitte brennen Und einmal brennen Okay Der Living Walk Magnet jetzt mal wieder ausschalten Zack Da hinten dann passt das ja Dann spinnenbaum oder was Zack Bam Dann Stein Kohleblock Drei davon Keine Keine Kiste Ein davon Rechtsklick Mit Mana Vollfüllen lassen Wie voll ist das Ding denn eigentlich Noch nicht wirklich voll Die Analyse mich mit definitiv Hm Schon wieder welche? Ja Kann ich das finden Weil mein Geld drauf platzieren kann Ich das ja schon Und Wusch Nochmal Erdrun Zack Zack Eins Zwei Drei Eins Einfach schon mal drauf platzieren Drauf platzieren und nicht Da und da Halleluja Fünfmal voll Boah da kommt gerade so viel Mana rausgeschossen Pass auf Gleich kannst du kein Mana mehr verbrauchen Hm? Gleich kannst du kein Mana verbrauchen Weil du zu viel hast Wärg gut Aber dann kann ich mich schon mal dran setzen Wenn das Elfenportal Mal nicht offen ist Kann ich mich ran setzen Die Erzblume zu machen Die Orrischheit Oder Orrischie Oder wie die auch immer heißt Ich nenn die Orrischheit Mir ist das egal wie die ausgesprochen wird Ehrlich Bam Ich hab keinen Bock zu laufen Ich porte mich gerade von A nach B immerhin Eins Zwei Drei Eins 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 Einmal rauf damit Wege einfach spart Dann fülle ich mal voll Wie viel Stein ist fertig Nicht viel gerade Aber egal Passt schon Hm Zack 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 Blub 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 So Zack 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 Okay Düm 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 Natürlich falsch gesetzt war ja klar Passiert mir ja immer gerne mal Okay Düm 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 Der Table ist schonmal wieder fertig Fertig wieder 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 Schau Düm 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 d